Er beisst dann nicht mehr ins Gitter, weil er einfach traurig ist. Wie alt ist Caramello denn? Wie alt ist Caramello denn? Sie sind drei und sieben Monate. Drei Jahre und sieben Monate, okay. Ganz traurig und dünn, mag nicht richtig beissen. Das kommt sicher auch, weil er so traurig ist und gestresst. Diesen Sommer hätte sie gedacht, er stirbt so traurig war er. Oh nein! Niebla, komm! Sie ist sehr tímida. Komm! Da kommt dann irgendwo zu haben. Das war jetzt so. Gab? Der weiße. Bay? Bay? Untertitelung des ZDF, 2020